Hallo, ich bin die Nadine. Hallo, ich bin die Nadine. Und das war die Nadine. Ja, wie soll ich das erklären? Wir glauben, dass Konstantin Nadine vergewaltigt hat. Er sagt da was anderes. Man müsste den ganzen Fall einfach mal durchspielen. Pack dich um den Hals ohne Vorwarnung. Was passiert hier? Pack dich an den Händen. Ich muss mich beherren. Die Fresse. Mein Rücken. So, hast du ein kurzes Kleid? Der Slip muss weg. Das war's. Der Slip bleibt, wo er ist. Kommissare kuscheln eben anders. Beindienstlich. Sonntag. In einem besonders fesselnden Tatort in eins? Loslassen. Festival.